Auf geht's! Ich bin ja noch in letzter Runde schon geschlagen eigentlich. Naja, vielleicht sind es auch mehrere gewesen. Kann ja auch sein. Räumen wir hier mal gerade auf, damit die nicht immer unsere Transporter angreifen, unsere Händler. Ja, schon erledigt, ne? Vielleicht können wir da aufstocken. Mal schauen. Ist gebombt! Die machen ja den Prunk. Da ist nichts da. Aber für den Prunk bräuchten sie was? Keramik? Die fehlt. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt Keramik herschaffen. Mit Freude! Der Händler hat Fälle. Aber wir sind der. Gucken wir mal gerade, ob wir Anziehsachen mitnehmen können. Ja, sieben Stück. Alles gut. Keramik gibt's hier. Auch schön. Die nehmen wir mit. Und Fälle haben sie genug. Dann können die was produzieren. Auf nach Krakau. Da müssen wir dann gucken, dass wir da auch Keramik kriegen. Der hat elf Stück mitgenommen, der Himmelhund. Aber ich muss da meinen Händler anklicken. Ja. Ich krieg aber auch die Keramik. Und Kohle ist hier schon nicht mehr da. Das bedeutet, wir müssen mal gerade Kohle holen. Die war hier, ne? Ne. Da waren die Fälle. Da ist die Kohle. Ja. Wo läuft denn der dann lang? Da links lang oder rechts lang? Ne, der läuft auch rechts lang. Dann können wir aber erst da eingehen. Die zwei nehmen wir mit. Und den Rest passt schon. Weiter geht's. Tschernowicz. Tschernowicz. Ja. Gut, die brauchen das. Und wir brauchen das. Ah, das war falsch rum natürlich. So. So passt's. Wenn wir hier lang, holen die Kohle. Ja, ist ziemlich langwierig. Aber was will man machen? Ach, das waren wir jetzt gar nicht. Wir sind erst noch da oben, ne? Ja. Ja, was bedeutet das für uns? Wir müssten eigentlich zusehen, dass wir jetzt hier Produktionen steigern, ne? Kohle 29 ist ein bisschen wenig, ne? Fälle können wir noch mitnehmen. gut, dann gehen wir da hin. Kohle geht nicht. Fälle Kaufen mal ein. Gut. Und dann können wir nicht hin. Was haben wir denn hier für Sachen? Warte mal, wir sind... Da sind wir. Hier kriegen wir nichts, was wir brauchen. Hier würden wir Kohle kriegen. Wer wäre denn da? Okay. Ich glaube, wir gehen mal gerade hier vorbei. Wo geht er denn lang? Das war er nicht. Da ist er, okay. Aha, das geht hier flotter wegen der ausgebauten Straße. Da oben sind die Straßen noch nicht alle ausgebaut. Kann das sein? Dann müssen wir da nochmal gucken. Gott, da einmal rein gucken. Wir haben... das mitzunehmen. Die nehmen wir mit. Und... da nehmen wir auch noch was mit. Gott. Und dann geht's hoch. Da hängen. Dann gucken wir uns den Bautrupp an. Guck, da kann man da auswerten. Und... hier oben auch. Die ganzen Straßen hier oben müssen wir sofort aufwerten. Damit wir... schneller reisen können. Die haben aber noch zu tun erstmal. So. Unser Händler ist da. Schon angekommen. Und... den Prunk... können wir nicht einpacken, weil wir... erstmal ausladen müssen. Und was müssen wir ausladen? Gute Frage, ne? Und dann geht die Reise erstmal weiter. 52 haben wir da, dingens. Prunk. 23 Kleidung. Da haben wir jetzt aber mehr. Und die Fälle bleiben alle hier. Gut. Die Kohle kommt woanders hin. Die geht nach Krakau. So. Und... das entladen wir. So, und dann sollte hier Keramik produziert werden, ne? Okay. Ja. Wird auch produziert. Und nochmal drei. Was haben wir denn? Auch Fälle haben wir hier noch. Die können wir auch mitnehmen. Weiter geht's. Ich glaube, die bringen wir da mal hin. So, Keramik haben wir. Aber hier gibt's Kleidung. 28, die nehmen wir mit. Und die Fälle können wir denen auch zurückgeben. So, Keramik muss noch da unten. Exquisit. 52 von beiden haben wir jetzt schon. Das ist ja cool, oder? Das ist schon fast die Hälfte. So. Fälle können wir einkaufen. Kohle können wir auch kaufen. Aber letztes Mal, glaub ich, was hier gelassen, ne? Die Fälle vor allem. Wenn wir keinen Platz mehr hatten. Ja. Ja, gehen wir nochmal hier runter, ne? Schon unterwegs. Kohle holen. Ich glaube, Kohle brauchen wir noch viel. Fälle ist vielleicht schon erledigt. Da ist auch noch ein Warenhaufen. Gefährliches Pflaster hier, ne? Bei der Ruine. Handeln. Kaufen. Fälle können wir auch kaufen. Sehr gut. Gehen wir hoch. Ja, 183 waren aber auf dem Wagen, ne? Das ist schon ein bisschen was. So, jetzt brauchen wir mal... Achso, hier müssten wir nichts von dem, was da ist, lassen. Gut. Geht die Reise dahin. Können wir hier was ausbauen? Rohstoffe fehlen. Hm. Ich baue noch einmal da das hin. Und hier... haben wir schon drei. Und leider sind zehn da. Ich würde noch eine bauen. 600.000 haben wir Geld. Spiel wird gespeichert. So, hier müssen die Fälle bleiben. Und wir nehmen die Kleider. Und die Kohle muss woanders hin. Nämlich hier hin. Mit Freude. Die Kohle. Die Kohle dahin. Auspacken. Keramik. Einpacken. Fälle. Einpacken. Und dann da hoch. Witzner. Wir sind beim Witzner. Die brauchen das noch. Aber ich glaube, da brauchen wir auch nichts mehr machen, bald. Und das dazunehmen. Keramik. Kommen woanders hin. Äh. Ja, wird gerade gebaut, ne? Mit Vergnügen. Wie sieht denn das in Krakow mit der Keramik aus? Können wir auch noch eine beibauen. Und wenn wir dann soweit schon sind, dann wird das ja auch bedeuten, dass wir vielleicht hier noch eine beibauen. So. Da kommt unser Händler. Die bauen da schön aus, ne? Keramik runter vom Wagen. Runk drauf. Passt. 65, das sind 130, also das ist definitiv die Hälfte. Und 59 ist 118. Sind wir knapp dran an der Hälfte. Exquisit. Exquisit, ne? Gucken wir da rein. Die vier Sachen können wir mitnehmen. Und das war's hier. Dann gehen wir da hin. Ups. Rechtsklick natürlich. Laufen wir da rüber. Das sind 124 Punkt. Halbzeit also. Keramik ist hier 11. Kohle haben sie 17. Das heißt, wir müssen wieder los und holen Kohle. Ja. Gut, aber die Kohle, die holen wir in der nächsten Folge. Für diese Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.